Jesaja 29,12 Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Eine Prophezeiung über den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Denn es steht auch geschrieben, wie Christ es ganz am Anfang gezeigt hat, die Schrift wird einem Mann gegeben, der schriftunkundig ist. Er kann nicht, er kann nicht lesen und er kann nicht schreiben, kann er nicht. Hier steht es drin und genau das hat gerade, also das was hier gerade steht in Jesaja Kapitel 29,12 hat Christ ganz am Anfang vorgelesen, Allahu Akbar. Suche 7, Vers 157, Allahu Akbar. Genau das gleiche, genau das gleiche. Schriftunkundig heißt es und hier heißt es, er kann nicht mal lesen. Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen. In Jesaja Kapitel 29, Vers 9-12 sagt Gott, wie er die Menschen dazu bringt, die Lehren von Seeherren und falschen Propheten nicht zu verstehen. Denn der Herr hat über euch einen geisttiefen Schlafes ausgegossen, und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. In Jesaja Kapitel 29, Vers 10. Dazu führt Gott zwei Beispiele an. Einer, der lesen kann, wird das Buch nicht lesen können, weil es für ihn so erscheinen wird, als ob es versiegelt wäre. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann, und zu ihm sagt, lies das. So antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist, Jesaja Kapitel 29, Vers 11. Das wäre das gleiche, als ob man das Buch einem gebe, der nicht lesen kann. Das wäre nämlich der Kontext, wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen, Jesaja Kapitel 29, Vers 12. Mit Vers 11 und 12 werden zwei Arten von falschen Propheten beschrieben. Und nach der Logik und Behauptung von Samra ist Mohammed der falsche Prophet, der nicht lesen kann, jedes Wort Gottes ist im Feuer geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Füge seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht zurechtweist und du nicht als Lügner dastehst. Sprüche Kapitel 30, Vers 5 bis 6 Aber laut Koran ist Mohammed schriftunkundig und nicht lese- und schreibbehindert. Der Koran sagt nicht, dass Mohammed nicht lesen und schreiben konnte, sondern dass er schriftunkundig ist, die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten, folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden, Sure 7, Vers 157 Unsere lieben muslimischen Mitmenschen wiederholen, Jahr für Jahr, die schon seit Jahren widerlegten Ahmed Dedert-Argumente. Eigentlich sehr traurig, auf was man fußt, wie ein Hund, der zu seinem Gespeiten zurückkehrt, ist der Tor, der seine Torheit wiederholt, Sprüche Kapitel 26, Vers 11 Nur Jesus rettet Kein Bedarf von Mohammed, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen, Johannes Kapitel 5, Vers 39 bis 40 Untertitelung des ZDF für funk, 2017